Ja, der Unterschied zwischen RISC und CISC-CPUs. Ja, ist eigentlich auch so eine interessante Schülerfrage und zwar war der Hintergrund des Ganzen, Apple stellte sozusagen auch für die Mac-Box bzw. die Macs, also das, was man eigentlich auch so als PC verstehen würde oder als Laptop verstehen würde, ja eigene Prozessoren her und wirbt unter anderem damit, dass man jetzt Apps, die eigentlich für das Handy bestimmt sind, auch auf diesen Geräten ausführen kann. Was zu der Frage führt, warum kann man offensichtlich eine Handy-App nicht einfach auf dem PC ausführen bzw. ein Programm, was für den PC geschrieben ist, nicht einfach auf dem Handy benutzen. Und genau das möchte ich hier in diesem Video mal ein bisschen auftröseln. Dazu müssen wir sehr weit an den Anfang gehen und zwar die von Neumann Architektur von John von Neumann war ein österreichisch-ungarischer, später auch ein Amerika tätiger Mathematiker und seine Architektur bildet die Grundlage für die Arbeitsweise der meisten heutigen Computer. Sie war sehr revolutionär, weil früher war es so, dass ein Computerprogramm stand auf einem Lochstreifen. Das heißt, wenn da ein Fehler drauf war oder man was ändern wollte, brauchte man einen neuen Lochstreifen. Und er hatte die schlaue Idee, das Computerprogramm sozusagen in den Speicher des Computers zu legen, sodass es jederzeit sehr einfach zu verändern war. Schauen wir uns seine Architektur mal ein bisschen mehr aus der Nähe an. Und dadurch versteht man auch, was so eine CPU eigentlich ist. Wir haben einmal gut Eingabe, Ausgabe, das kennt man, Eingabe, Tastatur, Maus heute und Ausgabe der Bildschirm. Und was dazwischen ist, ist letztendlich, ja, das Interessante. Hier ist der Speicher, der wird halt zum Beispiel genutzt, um das Programm abzulegen. Und hier gibt es die CPU, die besteht aus dem Rechenwerk und dem Steuerwerk. Das Rechenwerk, wie der Name schon sagt, führt die ALU, steht für Arithmetisch-Logische Einheit, also Arithmetic Logical Unit. Und das Steuerwerk, wie gesagt, koordiniert das Ganze, holt für das Rechenwerk die entsprechenden Befehle und die Werte aus dem Speicher, damit halt das Rechenwerk damit was machen kann. Und die CPU ist, wie gesagt, hier diese beiden Komponenten. Programme waren bis dahin eine Folge von Nullen und Einsen, beziehungsweise dieser Maschinencode, den man gebraucht hat, damit der Computer das Programm ausführen konnte. Das waren, ja, wie gesagt, eine Folge von Nullen und Einsen. Und man kann sich natürlich vorstellen, so etwas zu programmieren, war relativ aufwendig und hat natürlich jede Menge Zeit gekostet. Es war auch kompliziert. Man hat auch relativ leicht Fehler machen können. Und, naja, das musste irgendwie verbessert werden. Und da haben wir hier Amazing Grace, so wurde sie von ihren Mitarbeitern genannt, die Grace Hopper auf diesem Foto ist, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 78 Jahre alt. Und zu diesem Zeitpunkt war sie noch im aktiven Dienst. Sie wurde, arbeitete, wie man an der Uniform erkennen kann, für die US-Marine und wurde im Alter von 80 Jahren erst in den Ruhestand versetzt. Und da hatte sie den Dienstgrad eines Rear Admiral Lower Half. Und, ja, sie war auf jeden Fall sehr außergewöhnlich. Hat unter anderem über 90 Auszeichnungen, wurde mit über 90 Auszeichnungen geehrt und unter anderem mit mehr als 40 Doktorwürden. Und das ist eine sehr beeindruckende Leistung. Aber das Entscheidende ist, sie hat etwas erfunden, und zwar den Compiler. Und zwar war diese Frau unter anderem sehr hartnäckig. Und ihr ganz großer Wunsch war es, für Computer eine allgemein verständliche Sprache zu haben und praktisch damit Computer programmieren zu können. Und dieses Beharren auf, wie gesagt, der allgemein verständlichen Sprache sind dann erst diese Compiler, Interpreter und letztendlich Programmiersprachen entstanden. Was es sozusagen deutlich vereinfacht, ein Programm zu schreiben. Und dieser Compiler, der übersetzt das dann in den Maschinencode, was dann sozusagen von der Maschine ausgeführt wird. Und das war ein sehr bedeutender und entscheidender Schritt, was diese ganze Entwicklung anging. Ja, hier so ein kleiner Funfact. Das, was hier mit Klebeband in ihrem Logbuch festgeklebt ist, das war ein Mitarbeiter, der, da haben, hat sie an dem Mark II gearbeitet und da ist ein Relais ausgefallen. Und der Grund für den Ausfall war diese Motte hier, die man dort gefunden hat. Und hier steht noch dabei, First Actual Case of Bug Being Found. Und ja, man sagt heute sehr gern, das wäre sozusagen die Geburtsstunde des Begriffs, die Backen gewesen. Aber wenn man das hier genau liest, First Actual Case of Bug Being Found, kann man schon so zwischen den Zahlen lesen, und der Begriff war eigentlich vorher schon bekannt für, beziehungsweise ist auch hier nicht letztendlich korrekt, weil mit Bug meint man ja eigentlich ein Fehler in einem Computerprogramm. Und hier war es halt tatsächlich die Motte, die hier dieses Relais, also sprich die Hardware lahmgelegt hat. Schauen wir uns mal den Compiler etwas näher an. Was macht ein Compiler? Hatten wir eben schon gesagt, er übersetzt ein Programm in Maschinencode. Und hier haben wir verschiedene Maschinen. ARM, gut, die haben eigentlich nur Lizenzen verkauft. Spark, x86, x64, PowerPC, das sind halt alles verschiedene CPU-Architekturen. Das bedeutet, die verstehen unterschiedliche Befehle. Man kann die in zwei Klassen einteilen, einmal RISC und einmal SISC. Und wenn ein Programm einmal sozusagen übersetzt worden ist für einen RISC-Prozessor, kann ich den nicht auf einem SISC-Prozessor laufen lassen, beziehungsweise umgekehrt, wenn das für einen SISC-Prozessor kompiliert worden ist, läuft das Programm nicht auf einem RISC-Prozessor, weil das einfach unterschiedliche Befehlssätze sind. Und der Compiler, der nimmt verschiedene Programmiersprachen, wie wir die eigentlich heute kennen und übersetzt die praktisch dann für diese Architekturen. Und das heißt, wenn ich möchte, dass die auf beiden Architekturen laufen, muss ich auch das sozusagen zweimal kompilieren, und zwar für jede Architektur. Jetzt schauen wir uns diese beiden Architekturen mal sozusagen in der Gegenüberstellung an. Da hätten wir einmal, wie gesagt, den RISC und den SISC. RISC steht für Reduced Instruction Set Computer. Das heißt, es gibt eine feste Schaltung für jeden Befehl. Und jeder Befehl muss innerhalb eines Taktes abgearbeitet worden sein. Hat den Vorteil, man braucht relativ wenige Transistoren. Und das führt dazu, dass das Ding sehr energieeffizient ist und nicht so dolle warm wird. SISC im Gegensatz dazu heißt Complex Instruction Set Computers. Und das heißt, es gibt eine Zusammenschaltung von Schaltungen. Heißt, der kann kompliziertere Befehle ausführen. Und man hat ein, der Compiler ist natürlich wesentlich einfacher, weil er, wie gesagt, sagen wir mal, ich möchte Plus rechnen, muss ich mir beim RISC-Prozessor Gedanken machen, wie ich meine Summanden da irgendwie in das Rechenwerk bekomme. Beim SISC-Prozessor beispielsweise gibt es einfach einen einzigen Befehl und dann macht er Plus. Das heißt, der kann komplexere Befehle ausführen. Allerdings kostet das Takte. Das heißt, diese komplexeren Befehle sind nicht innerhalb eines Taktes abgearbeitet. Das heißt, er braucht mehrere Takte, um das zu erreichen. Gut, hat natürlich aber auch den Vorteil, mein Maschinencode ist natürlich wesentlich kürzer und kompakter. Wenn man das jetzt also nochmal gegenüberstellt, ist der Vorteil vom RISC-Prozessor, dadurch, dass er immer nur einen Takt pro Befehl hat, kann er natürlich so Multitasking sehr gut. Beim SISC-Prozessor würde natürlich ein komplexerer Befehl den Prozessor einen Moment lang blockieren, bis der Befehl halt eben abgearbeitet ist. Der RISC-Prozessor, wie gesagt, ist sehr energieeffizient, muss nicht so toll gekühlt werden und da ergeben sich auch dann verschiedene Einsatzgebiete. Schauen wir uns das mal an. Da haben wir den x86, x64, das ist ein SISC-Prozessor. Den kennt man aus Laptops und Computern. Hat halt, wie gesagt, den Vorteil, da mit wenigen Befehlen, Maschinenbefehlen auszukommen, kann halt komplexe Befehle. Und demgegenüber steht zum Beispiel beim Handy die ARM- bzw. RISC-Architektur, die man zum Beispiel von Tablets oder Smartphones kennt. Da hat man auch diese RISC-Architektur. Jetzt wird es spannend. Und Apple hat eigentlich mal angefangen mit RISC bei den Mac und MacBooks und hat dann irgendwann auf x86 bzw. x64, also auf SISC, umgestellt. Und jetzt wird unter dem Namen Apple Silicon fangen die an, auch wieder für Mac und MacBook RISC-Prozessoren zu verwenden. Und damit schließt sich jetzt der Kreis, wenn ich natürlich auf einem iPad und iPhone die gleichen Rechner-Architektur habe, die gleiche CPU-Architektur habe wie auf einem Mac oder MacBook, dann läuft natürlich das Programm, was vorher, was auf dem Handy oder auf dem Tablet läuft, natürlich auch auf dem Mac bzw. MacBook, also PC oder Laptop, wenn man so möchte. Und wie gesagt, das ist schon was Besonderes, dass halt Apple da wieder auf diese RISC-Prozessoren geht. Da ist halt tatsächlich die Frage, wenn man sich das adguckt, das sind jetzt nur noch die Microsoft mit den Laptops und den Computern, die da auf SISC setzen, wobei Windows gibt es, soweit ich weiß, inzwischen auch für RISC-Prozessoren. Gut, ich hoffe, das Video konnte das Ganze so ein bisschen auflösen. Die RISC-Prozessoren haben vor allen Dingen bei den mobilen Geräten einen sehr großen Siegeszug hingelegt, weil die halt eben so energieeffizient sind, das heißt, der Akku hält länger und dadurch, dass man sie weniger kühlen muss, kann man auch schlankere Gehäuse-Designs machen und kommt auch ohne Kühler aus.